Ja, hallo, hier sind wir wieder und Akamao ist auch wieder in unserer Zeit, aber du hast irgendwie, warum hast du nur einen Schlafanzug an? Äh, ach ja, hier, so. Das sieht sich besser aus, ne? Ja, das sieht besser aus. Ja. Ja, also wir mussten ein bisschen, wir mussten ein bisschen werkeln. Ja, also hier die ganzen Sealer sind weg. Ja, also die sind jetzt nicht einfach so weg, die mussten wir, also... Einschmelzen. Ja, es musste einfach, es musste einfach sein. Keine Ahnung, auf einmal ging es halt gar nicht mehr. Wir haben den Server mehrfach restartet und, naja, dann haben wir hier die Sealer erstmal ausgeschaltet. Das hat nicht funktioniert, dann haben wir sie weggebaut. Die Sauerstoffproduktion hier hinten ist erstmal abgekapselt von der Energie, dass die nicht arbeitet. Und, ähm, naja, irgendwas hat auf jeden Fall geholfen, weil jetzt geht's eigentlich. Ja, also zumindest so zeitweise oder so, aber, ja, es geht erstmal. Ja, ich hab ja noch, ich hab die Sealer hier auch in der Tasche, aber, ähm... Und, ähm, naja, wir sind ja auch bald am Ende, würde ich mal sagen. Das sind vielleicht noch so zwei, drei Aufnahmen höchstens. Weil wir haben ja nur noch hier diese eine Quest, die hier werden sich ja jetzt im Prinzip, äh, von selbst erledigen. Die hier werde ich jetzt machen, More Power. Wobei, hier gibt es noch die Solar-Dinger. Das werden wir noch machen, das ist kein Thema. Ja. Äh, erstmal machen wir jetzt hier den Transmission... Wie heißt er, Dimensional Transceiver? Ne, ich, äh, will Heart of the Star machen. Ja, mach das, mach das, mach das. Aus den, äh, Nether Stars. Ja, mach das. So, damit Redstone und Gold. Und, äh, gekrascht haben wir das noch nirgendwo, oder? Äh, ne, aber wir haben doch hier irgendwo eine Segment. Ja, hier ist eine Segment. Äh, aber wir haben kein... Oh, wir haben noch kaum, kaum noch Diamanten, Alter. Hä? Ja, 56 Stacks nur noch. Alter. Aber wir haben keinen Redstone mehr. Wo ist denn... Das ist hinten. Wo hinten? Ähm, ja, hinten. Hier um die Ecke, weil wir das Redstone produziert werden. So, wir brauchen ein Machine Chasses. Ah. Und das craften wir weiter. Ups, naja, gut, so will das wir schon wieder auffinden. Zum Soulbinder. Brauchten doch da mehr Redstone, genau. So, da ist so viel. Zack. Cool. Ich hab einen Soulbinder. Immer noch ein bisschen. Äh, wozu braucht man den jetzt eigentlich? Für irgendwas brauchten wir den. Ja, aber keine Ahnung. Ich würde das mal ein bisschen Gold-Klein machen. Ach, genau, für den Ender-Crystal. Was mach' ich denn jetzt noch, bis das durchläuft? Ah. Okay. Wir haben nur eine Segment, oder? Ja. Äh, ja. Okay. Naja. Okay. Auf jeden Fall werden wir das mit den Zielern jetzt auch nicht nochmal ausprobieren. Ist zwar, wird's ein bisschen schade. Wir hätten aber sowieso noch irgendwie so viele Zieler gebraucht. Es sieht zwar relativ cool aus mit unserer ganzen Maschinerie hier. Aber irgendwie... Äh, es lohnt nicht. Es bringt's ja nix. Es lohnt nicht. Es dauert tierisch lange. Wir haben halt so viele Folgen damit verbracht, den Pferderer Darts zu bauen. Interessant. Aha, aha, aha. Stell dich mal in den Vorhang und spring mal. Im Vorhang springen? Ja, im Vorhang springen. Ja, mal gucken. Äh... Rein wissenschaftlich, wenn ich das jetzt nochmal... Ja? Aha. Aha, aha. Wie lange kann man den Vorhang denn runter machen? Fällt der eigentlich von alleine, oder besetzt du einzelne Blöcke? Man besetzt einzelne Blöcke. Das ist im Prinzip, als würde man Glasscheiben setzen. Hey, aber dann kannst... Oh, okay. Ja, du kannst so nicht hochgehen. Aber zum runtergehen ist es eigentlich ganz nice, denn irgendwo... Also, wenn du jetzt kein Wasser dabei hast, oder sowas. So, ich brauche noch die Dinger... Äh, hier. Na, warte, ja. Könnten ja mal ein bisschen hier die Löcher schließen. Bevor wir hier noch irgendwo reinfallen tun. Äh, das ist eine sehr gute Idee. Okay, ich werde gleich die Seele eines Endermen fangen. Uh. Ja. Olle Seelenfänger. Äh, irgendwo hat mir doch das Spawnei von dem Endermen. Eins hatte ich da gelassen, genau. So geht das einfach am schnellsten. Dann muss ich nicht da unten noch irgendwie in diesen Spawner reinkrabbeln. Nachbarn sind schon wieder laut da hinten, ey. Das ist unglaublich. Da sollten jetzt aber nur noch Endermen sterben. Äh, trotzdem laut. Ja, aber... Immerhin. So, ich habe eine Soul-Vile. Rightclick on a mob to capture its soul. Okay. Hab'sa. Ah, okay. Ich habe Angst gehabt, dass du auf mich zugrennst. Nein, du bist ja kein Mob. Das war jetzt auch das Einzige, was mich davon abhängt. Nein, ich bin ein Mobster. Ein Lobster-Mobster. Alter, ich mobse ja auch gleich was. Ich mobse mir erst mal einen Sauerstofftank. Oh. So. Alter, das Loch, das ist schon auch seit 100 Folgen hier, ne? Das muss ich jetzt erst mal schließen. Ja, ähm, ich frage am besten gar nicht. Das braucht jetzt noch 10 Level. Ich habe aber nur 9, noch was. Aber wir haben ja so viele Bottles of Enchanting. Das ist ja wohl gar kein Problem. Äh, äh, wie da? Use Player Level, okay. Also kann ich die... Alter, guck mal, die Augen haben angefangen zu leuchten. Oder war das schon immer so? Das hat durchlaufen. Wie kann ich denn, wie kann ich denn hier das Diamond klein machen? Ach, Diamond. Ja. Keine Ahnung. Äh, im Crusher. Electric Crusher. Ja, oder aus Carbon Nanotubes. Hatten wir nicht Carbon Nanotubes auch noch irgendwo? Ja. Ganz viele. Ja, davon müssen wir sogar richtig viele haben. Bei dem richtig... Also in einem Crusher kann ich die hier jetzt nicht... Also in dem... Wir haben ja auch gar keinen Crusher. In dem Segment kann ich es nicht machen. Hatten wir nicht irgendwo... Ah, den Hämmerer war das ja nicht. Aber der hat hier... Äh, hier. Alter, wir haben hier so viele Carbon Nanotubes und wir haben zwei Polytools schon. Also mach. Ja, okay, gut. Das ist jetzt ja... Nimm dir, nimm dir, nimm dir. Kann ich die Diamanten ja hier wieder zurückpacken. Ja. Kann ich das Gold da hinten weiter durchlaufen lassen? Äh, noch kein Kopf da. Mit drei. Ach, no sword, sorry. Okay. Vielleicht kommen wir jetzt mal ein paar Köpfe. Sehr interessant. Also, ich weiß, dass die das Design gefällt mir von dem Soulbinder. Apropos Soulbinder. Das ist praktisch. Was ist praktisch? Ich bring's dir her. Okay. Warten bisschen Kraften oder so. Ich hab's hier zugeschmissen. Nee, doch nicht. Kann ich gucken. So. Nee, Mann, du nicht. Also beim Schmeißen ziehe. Das ist schon schwer. Beim Wirfeln einmal so nach unten und manchmal nach oben. Äh, hier. Das ist Leatherboot. Die sind Soulbound. Das heißt, wenn du stirbst, behältst du die im Inventar. Ah. Okay. Also selbst wenn man nicht diese Server-Einstellung hat, man... Ja, man behält sie. Das ist... Äh, guck mal. Wo bist du jetzt? Ich bin bei den Hops. Ich tue es mal in der Kiste. Du kannst die ruhig zünden. Was? Achso, äh, du meinst die Schuhe, okay. Ich meinte gerade die... Ja, was soll ich denn... Was soll ich denn zünden? Die Hardoff ist da. Ja, also so wie, äh, so wie wir das gemacht hatten. Ja, genau. Hattest du hier irgendwo ein Feuer... Das ist keine Kiste. Warte, äh, hattest du hier irgendwo ein Feuerzeug? Ja, in meinem Inventar. Warte. Ich komme, ich komme, ich komme. Die Endermare müssen eh noch sterben. Komm, wir machen das zusammen. Oh, warte mal. Da fällt mir jetzt hier was siebenheißes ein, ne? Oh, was denn? Der Sealer wird jetzt so gar nicht mehr funktionieren, ne? Oh. Blast Sealer. Ja, aber es sind ja noch genug in dem Oxygen Tank da. Das heißt, du müsstest nur noch den, äh, da eine Verbindung machen, so gut. Ja, richtig. Das meine ich ja, der keine Verbindung hat. Lalalala, lalalala. Gucken wir mal in den Keller. Das ist ein klatter Radar. Ernsthaft. Wir müssen mal vernünftig bauen. Aber es ist hier, glaube ich, sowieso nicht mehr zu retten. Nee, ich glaube nicht. Ich habe das nämlich abgemacht und, äh, weil ich ja nicht wusste, ob das irgendwas tut, habe ich das da auch abgemacht. So. Jetzt haben nämlich wieder alle Röhrchen hier Luft. Ne? So, wieder Luft auf dem Kessel. Dann müsstest du eigentlich da hinten auch jetzt Sauerstoff haben und Energie sowieso. Aber ich habe hier nichts dran getan. Ja, kann sein. Man kann den halt so schlecht einsehen, weil wir den da so schön eingebaut haben. Ich meine, der wird wohl kaum jemals durch eine Explosion da in die Luft fliegen, aber... Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, aber vier. Ich habe ja schon fast die komplette Gravity-Suit-Rüstung. Wobei, wenn ich da jetzt reingucke, von wegen Gravity Resist und Tool-Switcher-Field und also gedöhnt, damit immer Error angezeigt. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Also wahrscheinlich heißt das Fehler, aber... Wollen wir das jetzt mal besser machen als das letzte Mal? Also im Prinzip, du machst erst ganz, ganz viel Feuer und sagst, wann ich werfen soll und ich werfe in diese Ecke hier und stelle mich in die andere diagonal. Damit wir nicht wieder hier abkratzen. Aber das bleibt nicht brennen, ne? Wirf, wirf. Hab ich? Ich verstecke nicht hinter dir. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Juhu. Ja, ist egal. So, jetzt warten wir erstmal. Ich muss ja erstmal was essen, weil sonst will ich nicht gleich tot. Ja, ich habe schon einen Stern. Das ist ein gelber Zwerg. Äh. Und ein Debiliten Ersaster. Ja, okay. Ja, dann müssen wir erstmal warten. Äh, ich hau mir auch meine Melone rein. Vielleicht hätten wir hier Wasser rein. Ne, ist auch egal. Äh, ich kann doch nicht, ne? Weil ich sterbe, wenn ich das jetzt reinwerfe. Achso. Ja. Alter, ich habe noch nicht mal halb voll. Also jetzt ist er gerade über halb voll rüber. Weil ich aber so lange gebrannt habe. Ah, gut. Ach ja. Hm, fang. Na, du. Ey, das ist voll die gute Lichtquelle, ne? Ey, kein Licht im Darkroom. Uah, wer ist denn? Scheiße, Alter, macht das Licht wieder aus. Horst? Horst? Chef, was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie sind doch ein Meeting. Meeting. Das ist das Meeting. Hm. Azubi-Weiterbildung. Ähm, ja, ich habe wieder voll. Ähm, gut, wenn das jetzt gleich wieder so klappt, nicht, dass ich dir den ins Inventar werfe. Ich mache jetzt mal, ne? Oh Gott. Oh, ich habe gerade kaum was gemacht. Also nur... Alter, cool. Ein weißer Zwerg. Wow, ja, der hat auch alles Feuer eingesogen, ne? Ja. War eine Fresse wie hier nur drei Herzen, Alter. Wie lange brenne ich denn hier? Ich habe noch mit einem Schwert geblockt. Aber ich glaube, das hat nicht wirklich was geholfen. Vielleicht. Wir lassen jetzt die Dinger einfach so zünden, weil ich habe nicht mehr so viel Haltbarkeit auf dem Feuerzeug. Und Flint und Eiseningels, die haben wir einfach so wenig. Ja, aber ich habe hier nur halb voll das... Also, ich sterbe jetzt wieder, ne? Ja, unschön dann. Äh, dann lass mich das mal schnell machen. Na gut. So. Du schaffst das schon. Ja. Kann ich hier eigentlich eine Glasscheibe reinbauen, um dir zu gucken? Äh, theoretisch ja. Warte, ich habe welches. Ich habe welches. Ich habe Fused Glass. Und das ist Blast Resistant. Ah, okay. Nice. Jetzt zeige ich dir mal, wie der Profi das macht. Alter. Ja, aber ich lebe noch, habe noch die Hälfte am Leben. Was zur Hölle? Warte, das sind alle? Ja. Das waren drei Explosionen. Oh Mann, ey. Ja, okay. Gut. Damit würde ich sagen, äh, um den Rest der Gravity-Rüstung craften wir einfach beim nächsten Mal. Ja, richtig. Na? Gut. Bis morgen. Tschau. Tschau.